Ein Tag im Leben eines Clash of Clans Spielers. Nachdem ich um 10 Uhr aufgestanden bin, musste ich mir natürlich erstmal überlegen, was ich anziehe und da ist meine Wahl natürlich auf meinen schönen Clash of Clans Pullover und auf meine Champion Barbarenjacke gefallen. Danach gab es erstmal einen schönen heißen Kaffee aus meiner Barbarentasse. Abgerundet wurde das Ganze natürlich von einem schönen Barbarenmüsli, so kann man doch wunderbar in den Tag starten. Nachdem ich mich gestärkt hatte, musste ich natürlich erstmal gucken, was meine Bauarbeiter so tun. Hier sehen wir meinen Bogenturm und meinen Magierturm, aber leider sind die noch nicht fertiggestellt worden. Das ganze Dorf ausbauen macht verdammt hungrig und so gab es zum Mittagessen erst einmal einen weiteren Kaffee und ein leckeres Drachensandwich. Nachdem ich mich also ein weiteres Mal gestärkt hatte, habe ich erstmal meine Heldentiere kontrolliert, aber die beiden sehen so aus, als wären sie noch nicht für den Angriff bereit. Als ein richtiger Clash of Clans Spieler musste ich dann natürlich erst einmal ein bisschen mit dem Barbaren schwer trainieren. Auch das gehört zum Alltag dazu. Ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Und zum Abschluss des Tages habe ich mir noch eine schöne Folge Clash-O-Rama gegönnt und dabei noch ein paar Klankriegsangriffe durchgeguckt. Man muss ja immer weiter üben, damit man ein guter Clash of Clans Spieler wird. Das war ein Tag als Clash of Clans Spieler. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn es so war, folge gerne dem Kanal und dann bis zum nächsten Mal.